Hi, ich bin's Moni und ihr seht hinter mir gerade so ein richtig cooles Hochbeet. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen Holzlatten und zwar ganz schön viele. Für die Standfüße habe ich mich für 6x6 cm Holzlatten entschieden und für den Rest habe ich Holzlatten in der Stärke 2,4x4,8 cm gewählt. Und natürlich brauchen wir Schrauben. Da das Hochbeet nur 55 cm hoch sein soll, habe ich die Füße auch erst einmal auf diese Länge zugesägt. Insgesamt wird mein Beet ca. 4 m lang. Das heißt, ich brauche zwischen den Außenseiten noch zwei weitere Standfüße auf der Strecke. Das heißt, ich habe insgesamt 8 Füße zurechtgesägt. Um einen Rahmen zu schaffen, müssen nun die schmaleren Holzlatten gegen die Füße geschraubt werden. In meinem Fall haben diese eine Länge von 50 cm, denn so breit soll das Hochbeet werden. An diese Holzlatten werden später dann auch die Schwartenbretter befestigt. Die Schwartenbretter sollen 5 cm über dem Boden beginnen. Daher habe ich diese 5 cm erst einmal angezeichnet. Da ich diese Verstrebungen allerdings auch vorne benötige, ich mir mit dem Bogen aber nicht in die Quere kommen möchte, bringe ich die Latten versetzt an. An den Seitenteilen von unten ca. 10 cm und von oben 5 cm. An der Front mache ich das dann genau umgekehrt. Damit nichts splittert, bohre ich vor. Jetzt habe ich vier fertige Rahmen, die noch verbunden werden müssen. Um auf die gewünschte Länge zu kommen, müssen die Holzlatten in meinem Fall auf 132,5 cm zurechtgesägt werden. Und hier sieht man auch sehr gut, dass diese versetzt zu den Leisten an der Seite angebracht werden. An den beiden Mittelfüßen treffen sich dann die jeweiligen Holzlatten. Achtet also darauf, dass Platz für beide ist. An den Enden wird die Holzlatte dann aber bis zum Rand geführt. Das Ganze passiert dann auch oben. Theoretisch könnte man das auf der anderen Seite gleich wiederholen. Ich möchte aber, dass das Hochweht direkt an unsere Holzwand anliegt. Deswegen bringe ich nur an der unteren Seite Leisten an, diesmal allerdings auf der Innenseite. Diese Leiste benötige ich für die Bodenquerstreben. Und davon benötigen wir auch eine ganze Menge. Ich habe 27 Stück verbaut. Jetzt kann das Beet mit der Rückwand verschraubt werden und die Schwagenplatte angebracht werden. Dazu habe ich erst alle untenliegenden Bretter angebracht, so konnte ich dann den Abstand besser bestimmen und anschließend die obenliegenden Bretter. Da das Hochbeet ja nicht mit dem Boden verbunden ist, könnte sich da leicht Feuchtigkeit staunen. Und damit das nicht passiert, lege ich den Boden mit einem reißfesten, aber wasserdurchlässigem Material aus. Und den Rest mit Teichfolie. Ich habe mir 50 cm breite Streifen zurecht geschnitten und diese dann Schritt für Schritt mit dem Tagger befestigt. Damit auch die Holzleisten in der Mitte geschützt sind, habe ich die dann einzeln ummantelt. Und natürlich wird das Ganze noch abgeschlossen. Für die Füllung habe ich die Erde benutzt, die wir noch von den Hochbeeten im letzten Jahr hatten. Die bestand aus drei verschiedenen Erdschichten. Einmal Holzhecksel, Hochbeetkompost und Hochbeeterde. Da das Hochbeet damit aber nur halb voll war, habe ich den Rest mit Universalblumenerde ausgefüllt. Dafür habe ich noch einmal 10 Säcke auf 40 Liter benötigt. Zum Schluss habe ich noch eine Zierleiste angebracht, damit man nicht direkt auf die getackerte Folie schauen muss und einen sauberen Abschluss hat. Ja, das ist mein Hochbeet. Ich finde es ziemlich cool und es war super einfach umzusetzen. Ich habe die Teile des Hochbeets, die direkt mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen, noch einmal mit einem unbedenklichen Lack gestrichen. Was ich mit der Front mache, das weiß ich noch nicht so genau, ob das so bleibt oder ein bisschen dunkler wird, ob das ein Holzöl wird oder ob das nochmal ein Lack wird. Da überlege ich nochmal ein bisschen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Gartenprofis mögen jetzt vielleicht sagen, Mensch, das ist ja gar kein richtiges Hochbeet, das ist ein Pflanzkügel oder so. Aber erstens wollen wir hier nur ein paar Kräuter anpflanzen. Zweitens sollte es so einfach wie möglich sein und nicht so viel Platz in der Breite wegnehmen, weil ja schon die komplette Länge der Holzwand ausgenutzt wurde. Drittens sollte es auch, was die Materialkosten angeht, einigermaßen im Rahmen sein. Und viertens, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, sollte es eine Höhe haben, die für uns völlig ausreicht und für uns Tochter aber optimal ist. Denn die liebt es mitzuwerkeln, zu gießen und dafür hat dieses Hochbeet einfach die perfekte Höhe. Ja, das war es für heute von mir. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, mich bei meinen weiteren Projekten zu begleiten, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Projekt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht's gut!